Bei einer vielfältigen und offenen Demokratie kommt es für mich eben darauf an, dass man sich darüber bewusst wird, dass die eigene Sichtweise und Perspektive nicht automatisch die eines anderen entspricht. Und dass man dann eben auch bereit ist, darüber zu sprechen und auszutauschen und über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und sich zu überlegen, was kann ich vielleicht selber besser oder anders machen, um diese Werte zu schützen und zu stärken. Untertitelung des ZDF, 2020